Was geht Leute? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mal ein dickes Pack Opening. Wie sehen könnt ihr, wir haben 85er Packs, paar unnötige Packs. Hier zum Beispiel 15k Packs, mit denen fangen wir auch jetzt mal an. Die Totis sind noch draußen und die Toti-Icons. Vielleicht ziehen wir einen. Wir fangen mit dem ersten Pack an. Schmeichel 83. Gucken wie die anderen werden. Mein Fein ist komplett leer. Also komplett, komplett. Hunter und so. Oh, nix mehr, ne? Wie früher. Einfach 700 Münzen für Hunter. Krass. Egal weniger. Ein paar Packs angespart und die ziehen wir jetzt. Wie hier mit dem zweiten 15k Pack weiter. Und wir haben wieder 83 plus. Kobel 83. Joa, warum nicht? Und Lemar, zwei 83er. Warum nicht? Brauchen die? Brauchen wir auf jeden Fall ein bisschen Futter wieder. Alter, mein Fein ist komplett leer. Mal gucken, mal gucken, ob uns irgend... Bis jetzt läuft es gut. Jedes Pack ein 83er. Auch wenn... Prime Gold Spieler Pack. Auch wenn mit... Dem ihr weiter. Prime Electrum Spieler Pack. Ich sag... Ich sag... Oh, wow Gott. Ramos. Ah, was für Ramos. Das hat noch mal 84. Laporte. Wie komme ich auf Ramos? Bin ich besoffen? Dann haben wir... Laporte. Dahinter verfahren. Den ersten Walkert haben wir. Ich sag, wir ziehen. Wir haben 85 plus Pack. Sechs Stück. Das war Nummer 1. Nummer 2 kurz hinterher. Mit Mega Pack. Oh, wirklich Walkert in Form? Skiri. 84er Skiri heißt er, glaube ich. Von Köln. Den habe ich aber leider schon. Was heißt leider? Oh, das Pack ist untraded. Ich hab den, glaube ich, schon untraded. Bitte, ich hab ihn trade. Scheiße. Ja, dann versuch ich den gleich zurückzuholen. Aber wir haben schon mal den zweiten Walkert, Freunde. Nur... Bis jetzt... Nur gute Packs, Alter. Prime Gold Spieler Pack. Geht unsere Dinge weiter. Ja. Jedes Pack über 83 plus. 84er Karahal. Ja, dahinter noch ein 83er. Oh, oder 84er. Super. Also EA gönnt, Junge. Gönnt mal ein Team of the Year, ihr. Alter, gönnt mal ein Team of the Year. Pack machen wir weiter. Das ist jetzt zwei seltene 80 plus Goldspieler Pack. Und... Natürlich kommt immer eine Pleite. Und sie kriegen 82er Oldmo. Das erste Pack ohne Brett. Und einfach Kloster waren einfach Perfect Link. Gib mal was. Toti, Toti, Eiken. Komm ihr, Junge. Gib mal was Gutes, Junge. Einfach schon wieder nichts. Jetzt läuft's gar nicht mehr. Backquiz. Einfach garantiert ein 80 plus. Einfach zu 2, 82er ziehen. Oder Taremi. Yay, gib mir den Toti. 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 Bin nicht wieder Skiri. Spanien. Rav. Wer ist das? Petro Porro. 85er Petro Porro. Der dritte Walkout somit. Und dahinter Tabata. Let's go. Komm, Junge. Die Packs sind heiß, Alter. Haben wir 5 Spieler Pack. 8 plus. 3,8 plus zumindest. Spanien. Stürmer. Aspas. 85er. 7,4 Futter. Gleich seht ihr noch mein Icon Pack. Wenn ihr genug Futter sehen, können wir auch das Icon Pack gleich machen. Die beiden kann ich abstoßen. Jetzt haben wir noch 5 Packs. Das hier. Ja, das ist das schlechte 5 Spieler Pack. 80 plus. Kein Walkout. Schade. Schmeichel. Den hab ich Reitschein gezogen. Oh, und ein KTM-Form. Die hab ich aber allerlei Antwipter. Läuft, ja. Ihr gönnt schon. Ihr gönnt, aber wir haben keinen Doty oder Kassen gezogen. Machen wir. Welchen Pack machen wir weiter. 10x83 plus. Mit dem Pack machen wir weiter. Komm, gib mir ein Walkout. Gold Walkout. England. RV. Trent Alexander Arnold. So, mit dem Walkout Nummer 4. Ich sag, dahinter ist noch einer. Oh mein Gott. Was ist das denn für ein schlechtes Pack? Egal, das soll uns nicht die Laune kaputt machen, Freunde. Wir haben 4 Walkouts. 2 kriegen wir locker noch. Komm, Junge. Machen wir hiermit weiter. 5 84 plus Spieler. Pack, let's go. Wieder Gold Walkout. Spanien, ZDM, Rotri, 87er. Wir ziehen auch nur 87er Walkouts, ne? Boah, das Pack war jetzt auch nicht so gut. Machen wir mit dem hier weiter. 3x 85 plus. Nur wieder Gold Walkout. Ja, was soll das? Deutschland, ZDM, Kimmich. 89er Kimmich, der Highest Rated, Freunde. Dahinter haben wir noch Brozovic. Damit haben wir 7 Walkouts. Und im letzten Pack kriegen wir jetzt Team of DMS hier. Let's go. Zeig mir das Blaue. Ah, wieder Gold Walkout. Yo. Italien-Stürmer, Immobile, Alter, ja. Ja, hat uns nur goldene Leute gegeben, Alter. Und Lukaku. Somit haben wir 9 Walkouts gezogen, Freunde. Wir haben 2 Walkouts gezogen. Leider kein Toti oder ein Toti-Icon. Oder sonst was krasses. Tu mal 80 plus. Mittelfeld-Spieler-Pack. 3 Stück. Gib mir ein Toti-E. Let's go. Und wir kriegen. Komm, lass es Blau werden. Gold Walkout. Sadio. Mah. Nee. Den ich schon antritt hab. Bester Massadio. Mein Bruder. Sadio. Und dahinter. Coman und Bernardo Silva. 3 Walkouts. 3,80 plus-Pack, Freunde. Dafür, dass wir die Tagesanmeldung 12 Mal abgeschlossen haben. Gib mir ein Team of the Year. Let's go, Freunde. Und wir haben. Gib mir was Gutes, ihr Goldener Walkout. Das heißt, Nothing, Cristiano Ronaldo oder auch Ruben Diaz. Kann dahinter was sein? Ich denke nicht. Ich sag, zwei Walkouts, wenn überhaupt. Er ist in der genau zwei. Abonniert für Pack-Clack. Ja, Freunde. Ich hab noch zwei weitere Packs abgeschlossen, bevor wir zum Icon-Pack kommen. Drei Spieler, 85 plus, garantiert Verteidiger. Kein Walkout, wie es aussieht. Frankreich, doch. Torwart, Loris, 87. Wieder normaler Gold Walkout. Laporte Sommer. Also zwei Walkouts. Warum nicht. Aber wir wollen. Die Team of the Year. Gib mir ein EA. Schon wieder. Kein Walkout. Einfach 85er-Boost-Kitzel, garantiert 85er-Pack. Krass, krass, krass. Aber jetzt kommen wir zum wichtigsten Packs, Freunde. Worauf wir alle gewartet haben. 88 plus mit Prime oder WM-I-C-Pack. Wir öffnen uns mit der Nase in 3, 2, 1. Gib mir Brasilien. Gib mir eine gute Nation. Gib mir eine gute Nation. Schweden, Stürmer, Lars und Prime. Und somit haben wir den größten Schwanz gezogen. Wie immer. Das war's mit dem Video, Freunde. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Leider haben wir nur Müll gezogen. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Und ciao.